Drei, zwei, eins, Lillen Ring! Haha, hallo Leute, ich bin's, Mickey Maus! Nein! Nein! Let's start! Nein! Duftschmerz, wieser ist unser Motto! Halt deine Klappe, SpongeBob! Hilfe! SpongeBob, was wird denn das? Ich rede mit dir! SpongeBob! SpongeBob! Bist du verrückt? Halt den Mund, du drittklassiger Klavinettenspieler! Drittklassig? Der verrückte Josh! Ist so verrückt! So wahnsinnig verrückt! Dass der Stifte zerbricht! Darum schreibt er dem Stift Repariermann! Denn er weiß, was sie tun! Schande! Schande über deine ganze Familie! Schön mitschreiben! Schande über dich! Schande über deine Kuh! Warte! Tut mir leid, tut mir leid! Sie haben recht! Ich muss an die Karten glauben, genau wie meine Freunde an mich glauben! Sieh deine letzte jämmerliche Karte, Yogi! Damit ich endlich Schluss machen kann! Das Deck meines Großvaters enthält keine jämmerlichen Karten, Kaiba! Aber es enthält... Die unbesiegbare Exodia! Ha? Unmöglich! Special Move! Stormbringer! Ich bin der Kraftvolle! Der wunderbare, der gigantische Muschul! Das war gar nicht so schlecht, oder? Feuer! 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 Stein! 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 Hakuna Matata! Was? Hakuna Matata! Es heißt keine Sorgen! Booyah! Wie lange werden sie noch brauchen, bis sie den Fahrstuhl repariert haben? Keine Ahnung, vielleicht drei oder vier. Drei oder vier was? Tage? Wochen? Monate? Ja, vielleicht fünf. Fünf was? Ich kannte mal einen, der kannte einen, der einen kannte, 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 und der kannte den Cousin des einen. Du hast recht! Mein Netty ist raus! Ich und mein JJ, das find ich okay, weil ich auf ihn stehe, egal wie ich stehe, wie er mich beturt, dieses eigene Meer! Ich bin da, wer noch? Mist. Stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Ich wünschte echt, der erste Dienstag wäre am Sonntag. Netti, das ergibt keinen Sinn. Dein Gesicht ergibt keinen Sinn. Genau. Und noch etwas, Baby. Das Hühnchen war zu trocken. Total staubtrocken. Lass das Sushi rollen! Ich verstehe schon, Sushi rollen. Das war kein Witz. Das war eine unglückliche, zufällige Abfolge von Worten. Kann ich was zu essen haben? Nein. Kann ich was zu essen haben? Nein. Kann ich was zu essen haben? Nein. Kannst du auch was anderes außer Nein sagen? Frag doch einfach nochmal. Kann ich etwas zu essen haben? Nein. Daniel werden heute die Mandeln rausgenommen. Hier steht aber was von zwei neuen Hüftgelenken. Oh nein, da muss ein Irrtum vorliegen. Computer sagt Nein. Na, dann muss es sich wohl um eine andere Daniel Lloyd handeln. Computer sagt Nein. Ohana heißt Familie. Familie heißt, dass alle zusammenhalten. Zusammenhalten.